sortieren wir eben ein Inventar ein bisschen. Wir haben ein bisschen Scheiß geklaut. Das kann eigentlich alles weg. Die war für das Buch. Schade, das will nicht alles. Ach, die hat ein Special. Ach, die ist aber auch zweihändig. Gut, dann weg damit. Häppling, Häppling. Kann ja auch mal da rein tun. Kann ja auch mal rein tun. Das brauche ich auch nicht. Das kommt da rein. 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 Okay. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Wahrscheinlich müssen wir noch mal eine Floraner Stadt finden. Also so eine friedliche. Damit wir auch alles finden. It's going down for real. Ach ja, Tunksten gab es ja auch noch. Stimmt ja. Vielleicht sollten wir auch einfach mal nach Titanus suchen gehen. Falls es auf diesem Planeten überhaupt Titan gibt. Du meinst, du willst erstmal eine Höhentür machen? Würde ich machen, bevor wir diesen Planeten verlassen auf jeden Fall. Achso, ja, gut. Oh, da ist ein Avien. Hey, was geht? Au. Ähm. Wird ja kein Spaßweiterer sein. Aber. Wir sind schon wieder fast zwei Stunden voll. Und länger willst du nicht? Nö, erstmal nicht. Aua. Die sind gemein zu mir. Aua, aua. Scheiße. Ich muss mich mal... Äh. Ja, gut. Ich kann doch einfach sterben, weil ich das mit den scheiß Leisten nicht hinkriege. Scheiße. Pah. Scheiße. Schalt doch nicht immer die behinderte Leiste um. Dann... Drück mich X. Ja, tue ich natürlich absichtlich. Ich drück X nur dann, wenn ich es mit... S verwechsel. Mit S? Ja. Ein Gamer, der... S mit anderen Tasten verwechselt. Nur wenn ich nicht hingucke. Ein Game, weil der auf seine Tastatur gucken muss, um... Ach, Enno. Hä? Oh, ein Schlafsack. Wieso bist du denn immer so? Ich will wirklich nie. Du kannst dich hiermit eh auch auf den Stuhl draufsetzen. Mhm. Ui, was ist das? Waren da auch Leute drin? Nö. Au. Okay, ich geh mal schlafen. Ach, komm. Doch nicht? Nö. Zeitaufwand ist es nicht wert. Hm, was ist das hier? Ich hab das Gefühl, irgendwer ist hier schon durchgekommen und hat alle umgebracht. Bisschen sieht so aus. Okay. Ja, so geht es natürlich auch. Oh, Schnee. Schnee? Ja. Let it go. Let it go. Oh, hier ist eine Maus. Und der Spitzsacke ist auch fast kaputt. Ach, Mann. Das hat er gar nicht gesehen. Wo er es liegen lassen hat? Ich weiß es nicht. Komm, was drin war. Hm? Oh. Ein Lama. Hallo, Lama. Stimmt ja. Nö, ich bin einfach hoch. Stimmt ja, in Starborn gibt es ja kriegerische Lama. Ja, oh. Ich bin auch ein kriegerisches, kriegerisches Lama. Mann, oh. Ich hasse diese großen Springer immer noch. Okay, ich brauche Erde. Oder du hast Erde. Wo hast du deinen gestiegenen Hut her? Den habe ich vorhin aus der Affenstadt mitgenommen. Ein Hut in der Affenstadt gefunden? Ja. Die Affen sind scheinbar sehr, sehr modebewusst. Oui. Also, dann ist da schon so ein extra Aufstieg und ich schaffe es trotzdem nicht hoch. Ich glaube, ich bin gerade zu fickerig. Das ist ein sehr behindertes Wort. Geht doch. Ö. Ah. Dieses Lama. Das Lama. Ich fand aber sehr nett zu sein. Jupp. Ein nettes Lama. Au. Au. Kannst du gegen so ein Drehviech? Nein. Das geht hier sehr tief runter. Ach so. Ja, die Schwerkraft ist auch kein angenehmer Gegner. Ich hasse diese... Können wir nicht einfach durchkugeln? Ich will mich durchkugeln. Durchkugeln ist cooler. Nein, weil es immer irgendwo endet. Oh, ich habe ein Elfien-Termü gefunden. Hast du ein Elchen-Termü gefunden? Ein Avien-Tempel. Ach so. Ö. Ich will doch einfach nur raus. Wie bist denn da hingekommen? Graben. Ich will hoch. Scheiße. Spring. Danke. Hör mal, was ist denn los jetzt? du kannst von dort ist auch hier wo ich draufstehe gleich da kommst du nicht rein da bist du nicht gut doch geht was sogar ich schaff das keine angst du kannst auch hier rauf gehen ja hier ist jener tempel ach so sind und mal dass du bist kein alien gerade mit ihnen geredet ich habe nicht das war der andere typ der hat geredet die schießen ja auch ein die federmäuse die alien kann auch noch was das für ein ding ist es ist ein vogelvieh ich habe deren heilige knochen geklaut wenn es aussieht wie ich dann ist das will mich sah aus wie dein bruder ich habe gerade dein bruder gekillt ach so ja den haben wir irgendwann mal verloren und jetzt ist ja gut dann weiß ich schon weiß ich scanne schon mal die ganzen sachen hier weil das ja klar kann man wenn sie blau sind dann kann man sie noch scannen wenn sie grün sind soll man sich für die aktive mission scannen und wenn sie rot sind kann man sie nicht mehr scannen weil man sie schon gescannt hat ok das heißt irgendwann werden wir auch avian sachen scannen bisschen glaube ich für eine mission dann habe ich es schon erledigt ist gut wenn das so funktioniert das gut ich bin jetzt durch die gehen und scannen auch alles da ist noch so ein gong da geht es runter und noch sachen zum scannen denkt ihr ich bin blöd spannend hier komm ich sehe ein bisschen anders aus als die also wirklich es war eine sehr schöne rüstung ja ja meine ich ja das passt auch wieder nicht so steck dir deinen bogen sonst wohin du hühnchen wenn etwas aussieht wie ein hühnchen und es schmeckt wie ein hühnchen und es ist ein hühnchen schmeckt wie ein hühnchen? äh naja theoretisch bin ich eine pflanze aber praktisch kann man es ja mal probieren meinst du du schmeckst wie salat? das müsste man tatsächlich mal ausprobieren ja nice nicht so nice nicht so nice warte mal ich hab noch das Ding haa frastas nein ich bin tot wie viele sind denn da noch ich hab mich gerade erinnert dass ich ja auch noch die die bum bum waffe habe und jetzt das kai jetzt muss ich mich da hinscannen wo endo ist sonst werde ich niemals wieder hinfinden ich scanne jetzt äh ich 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 mache jetzt und ich höre schon gegner hey hey ist in den sägen auch noch was drin? ja in den sägen ist was drin ja hey wie kommt die avian dann bitte stehen hier hoch ich meine ich komme auch nur mit dem pull jump hoch nicht haben die einen fancy obwohl es sind ja vögel vielleicht fliegen sie einfach ich bin auch in avian ja aber du bist anders als andere aua 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 ich bin nicht mehr dran wolltest du damit sagen dass ich fett bin oder wie? nein achso ich wollte ach kacke weiter ich bin fast tot tschüss juli wie bin ich gerade gestorben? da oben war ein typ der dich abgeschossen den habe ich nicht gesehen das ist doch kacke das ist der nachteil der dunkelheit ja ich kann ja nix hinsetzen da hello darkness mario trend kein guter ach ok die sind alle auf mich getriggert brauchst du hilfe? relativ ja ok ich komme ich rette dich sobald ich herausfinde wo du bist du hast ja so einen pfeil der zeigt wo ich bin ja du weißt wie gut ich im pfeil lesen? nein im springwind so du penner wo ist der rest von deinen kameraden? ich höre sie ich sehe sie aber nicht ja wie bist du denn da hingekommen? wohin? hier ist in der wand nicht was du död? ja ich hatte dir gesagt dass ich hilfe brauche au ja habe ich ich bin doch gekommen ich habe doch gekämpft aua nicht gut genug ist egal ich sehe dich doch nicht wahr oh jetzt richte ich einfach weglaufen die kommt ihr daher nee da kommt er nicht rüber dann nutzt du das aus ist er död? neun die sind nicht död aber ich recht weit wie ungefähr jetzt ok es wird echt Zeit ich habe 10 prozent du verlierst immer 10 prozent deiner pixels die prozent ist das ja viel echt ich finde es eigentlich sogar recht wenig das waren wir 30 ich habe ein ganzes raum schläftkaskern aber wunderschöne flüge ich komme ich komme ja das ist der grund weshalb du hier nicht reinfallen solltest wenn wir die dinger da drücken machen wir sie denn aus? ich glaube die machen nichts ich glaube die sind nur dekorativ hier weiß deku ok ich glaube das wäre bisher schon das meiste vom tempel ja ich meine ja oh hey was geht ich glaube hier bin ich vorhin gestorben wo können wir denn jetzt wieder raus hier? nach oben ähm ich glaube das wäre bisher das alles so ziemlich ja ich glaube dir da unten bei den Kettensägen ist noch jemand die NPCs kriegen keinen Schaden durch Kettensäge wie es scheint ich bin einfach drüber weggesprungen und ich komme von oben so ein Pfeil hochgeschossen so hey oh ja super wie niedlich hast du das gehört? ja du hast gedonkt gut das heißt du bist in Reichweite ja ich bin jetzt wieder oben hey guck mal ich hab Flügel ich bin jetzt auch ein Vogel das ist stürmisch du kannst mit Sicherheit ganz ganz schnell den Berg hochfliegen nein kann ich nicht was war das denn? das sind irgendwelche seltsamen die irgendwie Fleischbombenpanzermäßig Rollattacken machen das sieht süß aus ach das ist aggressiv na super das sieht voll süß aus äh irgendwie hä? ich nehm ton nicht mehr auf was? was hab ich getan? ich bin mit der Maus irgendwie rübergekommen ok das ton weg oder? weiß ich hoffe nicht was ist passiert? aufgängig Aufnahme ne Aufnahme würde ich nicht aufgängig machen nicht dass mein Ton jetzt weg ist ne ich glaube aber nicht also ich nehm auf jeden Fall ton nicht mehr mit auf ok willst du irgendwie die Aufnahme an dieser Stelle nochmal neu starten? aber du meintest wir wollen eh nicht mehr lange oh da City ist ja wir sind auch schon bei zwei Stunden ich glaube das reicht ja ja ok ja ich mach ach so scheiße jetzt hab ich vergessen ich hab vergessen die Welt auch noch mit zu stoppen bevor ich aus dem Spiel gekommen bin das kenn ich gut das ist immer gefährlich für die Aufnahme ja gut äh Dings macht's halt trotzdem ähm ich glaub's macht's halt trotzdem der Energy einfach ohne dass was kaputt geht aber es ist halt scheiße für mein PC jetzt ist mir alles abgekackt ja ok gut dann scheiße würde ich einfach mal sagen war's dann das dann für heute ne für mit der Aufnahme ja ok dann tschüss bis dann mit der Aufnahme und mit der Aufnahme Untertitelung des ZDF, 2020